Rundfunk, öffentlich-rechtliche oder private? Öffentlich-rechtlich. Guilty Pleasure, Schokolade oder Käsekuchen? Käsekuchen. Social Media, Unruh oder Segen? Segen. Urlaub, Finnland oder Deutschland? Deutschland. Realist oder Idealist? Realist. Mobilität, Elektro oder Verbreitung? Elektro. Serienmarathon, Netflix oder Mediathek? Netflix. Tempolimit, Ja oder Nein? Ja. Persönlicher Stil, Janka oder Rudi? Janka. Wuppertal oder Berlin? Wuppertal. Morgens, Kaffee oder Tee? Kaffee. Reichstagskantine oder Imbissbude? Imbissbude.